Laut Definition ist Neunerball eine Disziplin des Poolbillards, bei der mit neun durchnummerierten Objektbällen und einem Spielball auf einem Poolbillardtisch gespielt wird. Bei jedem Stoß muss die Kugel mit der niedrigsten Zahl zuerst angespielt werden. Soweit, so gut. Das klingt zunächst nicht sonderlich kompliziert, wie viel Tiefe jedoch tatsächlich in dieser Variante des Billards steckt, bewiesen die 16 Herren die letzten Sonntag im Klubheim des BFC Fortunas antraten, um sich den Titel des Berliner Meisters im Neunerballbillard zu sichern. Und dieser ist hart umkämpft. Alle der hier angetretenen Spieler sind aktuelle Regional- bzw. Bundesligaspieler und sind dem Sport schon seit vielen Jahren verfallen. Wie sie zum Billard gekommen sind, da hat jeder seine ganz eigene Geschichte. Ja und zwar mein Papa, der hatte damals halt einen Kumpel, der ein Jugendfreiteszentrum betrieben hat. Da gab es dann drei Pooltische, auch so Computerspiele und sowas. Ich habe mich dann mit Billard befasst und fand das auch sehr interessant. Hatte dann auch immer Lust gehabt, da hinzugehen nach der Schule. Und seitdem kann ich ohne Billard nicht mehr. Ich glaube, Billard ist eine Sportart, die jeder gern spielt. Und wenn du jemanden auf der Straße fragst, warum spielst du gern Billard, würde der auch sagen, wird Spaß machen. Doch hier ging es um mehr als nur Spaß. Der Sieger des Turniers hat sehr gute Chancen auf eine Teilnahme bei den deutschen Meisterschaften und diese wollte sich keiner der angetretenen Sportler entgehen lassen. Bereits im Viertelfinale trafen Sandro, Tschunke und Tarek Zahra aufeinander. Hauptstadt-Sportfans erinnern sich, erst vor wenigen Wochen standen sich diese beiden im Finale der Berliner Achterballmeisterschaft gegenüber. Tschunke gewann damals in einer eng umkämpften Partie mit 7 zu 5 gegen Zahra. Doch diesmal sollte es anders ausgehen. Zwar war das Spiel nicht weniger spannend, doch Tschunke musste sich seinem Gegner mit 7 zu 9 geschlagen geben. Zahras nächster Kontrahent hieß Stefan Weihnacht. In ihrem Match kam es nach dem Stand von 3 zu 2 zu einer Besonderheit im Billiardsport, der Shot-Clock. Ja, also die Shot-Clock, das ist so ein bisschen wie man es beim Schach kennt. Beim Billiard gibt es das auch. Also wenn die Spieler recht lange brauchen, dann sagt man, okay, man setzt sich unter Shot-Clock. Das heißt, dann hat man für jeden Stoß noch eine begrenzte Zeit. Nach 20 Sekunden sagt der Schiedsrichter dann Time. Dann hat der Spieler noch genau 10 Sekunden bzw. 15 den Stoß zu machen. Und wenn er das in der Zeit nicht schafft, dann gibt es halt ein Foul und der Gegner ist dran. Durchaus eine erhöhte Schwierigkeit für eher langsame Spieler. Doch dies muss sich nicht unbedingt nur negativ für die Sportler auswirken. Bei einigen Spielern hat man sogar das Phänomen, dass die besser spielen, wenn sie diese Shot-Clock haben, weil sie einfach dadurch eine natürliche Begrenzung haben, wann der Stoß fertig sein muss. Hat man einfach weniger Zeit, Blödsinn zu denken. Ein Problem ist eigentlich eher, wenn so kniftige Situationen sind, wo man eigentlich schon ein, zweimal mehr überlegen möchte, dann muss man halt schon sagen, okay, muss jetzt irgendwie gehen. Von daher würde ich mal sagen, es beeinflusst ein bisschen. Aber überwinkt eigentlich nicht. Ob es nun an der Shot-Clock lag oder nicht, Stefan Weihnacht musste sich im Halbfinale nach einem spannenden 7 zu 9 gegen Tarek Zarra geschlagen geben, der somit erneut im Finale stand. Sein Gegner, Fabian Schepers, konnte sich souverän mit einem recht eindeutigen 9 zu 3 gegen Sascha Borg durchsetzen. Ja, also wie gesagt, ich gucke mir ja meistens dann immer noch die Partie von dem Gegner an, die gerade spielen, gucke so, was sie so für Fehler machen und versuche dann halt mit viel Sicherheitsspiel, also nicht Offensivspiel, an die ganze Sache ranzugehen, um dann halt von hinten raus das Finale zu gewinnen. Und das konnte er zunächst gut umsetzen. Er zwang seinen Gegner zu Safety Plays und konnte in schwierigen Situationen die Nerven behalten. Schnell wurde klar, warum diese beiden im Finale stehen. Von Beginn der Partie bis hoch zum 8 zu 8 Unentschieden klebten Schepers und Zarra punktetechnisch aneinander und erlaubten ihren Gegenspieler keine Ruhepause. Im 17. Satz konnte sich Zarra eindrucksvoll durchkombinieren und sich so den Matchpunkt sichern, welcher in folgenden Satz mit einem für ihn ungewohnt schnellen Spiel zum Sieg brachte. Klar, ich habe auf jeden Fall gehofft zu gewinnen. Neunball ist meine Lieblingsdisziplin und daher freue ich mich sehr. Der neu gewonnene Titel beschert ihm sehr gute Chancen auf eine Nominierung für eine Teilnahme im Kampf um den Titel des deutschen Meisters im November. Doch auch diesen Monat haben Zarra und 15 weitere erneut die Möglichkeit auf einen Titel am 23.04. bei der Berliner Meisterschaft im Zehnerball.